...abgegebenen Stimmzettel 665, mit Ja haben gestimmt 199 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 423 Abgeordnete, Enthaltung 43. Applaus Das ist die AfD-Fraktion ist dafür, was ist die Fraktion, die ist, wer ist dagegen? Die interfraktionellen Versammlungen auf beiden Seiten ist zu vereinbaren, an welchem Tag die Wahlen stattfinden. Das ist die AfD-Fraktion. Das ist die AfD-Fraktion. Das ist die AfD-Fraktion.